Herzlich Willkommen bei Let's Make Money. Heute habe ich mal wieder fünf Las Vegas Rubbellose mit einem Spitzengewinn bis zu 75.000 Euro. Mal sehen was wir rausrubbeln können. Wir starten direkt mit dem ersten Los. Wir haben einmal das erste Spiel, wo wir hier unser Gewinnsymbol freirubbeln müssen. Danach müssen wir unser Gewinnsymbol hier unten in den drei Feldern wiederfinden, um den entsprechenden Geldbetrag darunter zu gewinnen. Hier leider eine Niete. Hier haben wir noch das zweite Spiel, wo wir die Chance haben, bei drei gleichen Symbolen den entsprechenden Betrag zu gewinnen. So, das war leider eine Niete. Nächstes Los. Wir rubbeln unser Gewinnsymbol frei. Schauen, ob wir es wiederfinden können. Leider eine Niete. Die 75.000 sind uns nicht vergönnt. Kirsche wären zwei Euro. Wir haben zweimal zwei Kirschen. Jetzt ein Doppelgewinn. Zwei Euro haben wir schon mal. Und vier Euro. Jawohl. Ein Doppelgewinn. Wir haben zweimal drei Kirschen. Das bedeutet vier Euro. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Las Vegas-Lose rubbel ich sehr gerne. Da sind immer mal ein paar Gewinne drin. Schon wieder zwei Euro. Wir haben das Herz gefunden. Noch ein Herz. Wieder vier Euro. Wieder ein Doppelgewinn. Mal sehen, ob wir hier unten noch Glück haben. Schon wieder zwei, drei Kirschen. Drei Kirschen. Noch eine Kirsche. Sind sechs Euro. Ich glaube, das wird mein bestes Las Vegas los. Ja, und ich war ein bisschen zu schnell. Ich bin fasziniert. Wir haben zwei, vier, sechs, acht, zehn Euro mit diesem Los gemacht. Zehn Euro los. Genial. So kann es weitergehen. Ich hoffe, da sind noch ein paar Gewinne drin. Der Geldsack ist unser Symbol. Und im ersten Spiel leider kein Gewinn. Die Glocke. Die Glocke wären 100 Euro. Keine Glocke. Kein Gewinn. Und eine Kirsche. Schade. Schade. Damit ist das leider eine Kirsche. Einen Gewinn. Einen Gewinn hätte ich jetzt gerne nochmal. Wenn man einmal im Gewinnen ist, dann wird man gierig. Erstes Spiel leider nichts. Kirsche. Kleeblatt. Kleeblatt. Schade. Glocke. Stern. Stern. Glocke. Bar. Kirsche. Schade. 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 Leider in dem Los kein Gewinn drin gewesen. Aber wir haben hier zwei, vier, sechs, acht, zehn Euro. Und hier nochmal vier. Wir haben 14 Euro rausrubbeln können. Genial. Wenn ihr in Zukunft keine Rubbellos-Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.